Zum Beispiel Personal Radio. Personal Radio ist B5 Aktuell, der Informationskanal des Bayerischen Rundfunks im Internet. Im Internet wird aus B5 das persönliche Radio, Informationen live und als Archiv jederzeit verfügbar. Montag, 15. Dezember, 9 Uhr. Es ist 12 Uhr. B5 Aktuell. Wie wird ein Ereignis im Hörfunk zum Thema? Und wie entwickelt es sich? Personal Radio gibt Antworten. Medienkunde am praktischen Beispiel. Neue Ideen für einen aktuellen Unterricht. BR Alpha Online. Im Internet unter www.bralpha.de